herzlich willkommen meine freunde zum neuen video auf meinem kanal wir werden heute hier natürlich wieder die weekend league belohnungen abrufen und natürlich auch die vives belohnen zudem schauen wir uns erst mal ist tdw an was das so schönes gekommen ist freunde wer würde sich da wirklich rentieren für mich ich muss sagen so wirklich so interesse habe ich eigentlich ein gar kein muss sagen ich würde natürlich high rated mitnehmen ja sie mit einem serie gut hätte man schon jackpot gefühlt aber und der rest so paper wäre natürlich gut als ein wechselspieler waran würde ich vielleicht testen wenn ich ihn ziehen würde ihr wisst ich feiere den netz so komm es wäre natürlich nice wäre natürlich auch gut wie gesagt wir haben zwei stück zur auswahl restus auch teuer 70.000 immobile natürlich gute abschluss spieler aber sonst auch ja nicht so der aller schnellste sonst er so herr schmutz karten wo man hier er noch auch relativ günstig müsste würde man auch nicht spielen wenn ich würde sagen gehen wir einfach rein freuen wie gesagt wir haben nur bis 14 siegen gespielt standen 14 0 ich habe dann keinen bock mehr weiter zu spielen ihr habt ja den stream gesehen an den wochenenden freunde haben wir natürlich da die dreimal gestreamt und da 14 0 geholt ist in ordnung ja besser geht es auch nicht wenn man bis 14 spielt schauen wir einfach mal was wir bekommen ob die vielleicht können oder nicht wie gesagt gold 3 letzte woche haben die da kein gegönnt besser wie alles andere was ich jemals bekommen hatte wir schauen einfach mal wenn die heute wieder können ja vielleicht immer gold dreimal gucken haben auf jeden fall jetzt in zwei zur auswahl freunde schauen wir auf jeden fall wie gesagt ja schauen wir einfach dass wir erwähnt bekommen ich würde sagen machen direkt das erste einfach mal auf schau mal wenn wir da bekommen ja das ist auf jeden fall krasse auswahl also der hat fünf sterne wiegfurt der kollege dann nehmen wir den mitkommen dann nehmen wir den mit der fünf sterne wiegfurt er wird mitgenommen ist in ordnung aber mit seinen werte sind das nicht so geil wenn man ehrlich ist der als 10er mit langer pass 42 ist schon grauenhaft also der ist schon sehr grauenhaft der kollege schauen wir mal was wir als nummer 2 bekommen ja vielleicht jetzt mal ein halb betet da ja also das hat sich auf jeden fall gelohnt die woche zu spielen also das glaube ich egal wenn wir hier von dem mitnehmen nehmen wir den mal mit ist ein bisschen höher bewertet und spanische liga aber von 281 also das war für die tonne aber ja vielleicht können ja mit den rewards ich werde schauen was die mir den rewards geben und dann werde ich entscheiden ob was für packs ich nehmen oder ob ich die coins nehmen bei rivals 2 megapack und einmal 50k pack schauen wir werden heute abend freunde auch 19 uhr kurz vor 19 uhr live gehen viele von euch wollen ihre rewards der ansparen deswegen werde ich erst 19 uhr live gehen und da kommt doch schon was kommen wir mal wer da kommt der kommt da wahrscheinlich spiel kommen wir wenigstens bürger nicht mal wirklich sommer aber immerhin 84 da will man mich sich nicht so beschweren 84 ist schon nicht so schlecht aber ja auch nicht natürlich so gut ein paar fitness immer gut wird das ist immer gut das hier kann man natürlich alles abstoßen aber fitness ist immer gut die seltenen spieler kann man natürlich auch alle verbrauchen für diese spcs oder natürlich wieder ab also verkaufen ganz starres ding megapack nummer 2 und dann noch 50k pack ja wie gesagt die pexen ja nie so krass leider und mama wer das wird wird auf jeden fall kein leinwand leider das wird mal los 82 auch jetzt nicht so überragend der kollege aber was soll es ja und der rest auch eher so ich muss ein team finden es nur da wurde jetzt auch hier rum gegeiert ja die nehmen wir natürlich alle drei mit den hier stoßen wir ab und dann holen wir noch das 50k pack kommen ihr sports einfach jetzt mal workout gönnen 12 spieler alle selten 50k pack oder geiern die wieder das ist die frage geiern die wieder oder gönnen die fährt immerhin mal rein kommen geht was schönes ja 50k pack dieses wie der geier move jahrstein das macht sich auf jeden fall nicht so rentiert der jahrstein nicht so geil und jetzt so viel wert leider wir gucken aber gleich was wir bei weibles nehmen können ja bei weibles haben wir zur auswahl 36.000 coins 50k pack und 25k pack oder untrauschbare packs ich werde ja eh noch ein paar upgrade packs machen deswegen denke ich nehmen wir hier untrauschbar mit freunde wenn ihr das sicher sein wollt nehmt lieber da die münzen mit weil man muss doch schon was krasses ziehen dass es sich natürlich lohnt die testen einfach wie gesagt ist hier nur rang 3 ich mach habt ihr eh nur zwei weibles games gemacht und hat die 14 weg entlegt sie mehr habe ich nicht dafür gemacht dafür dass wir diese packs jetzt bekommen gucken wir mal noch was diese 25k packs geben aber ich weiß auch nicht was wir als nächstes am team verbessern könnt ihr auch gerne mal reinschreiben ok der fährt sogar rein das wird in frankreich lm und das wird command ist in ordnung ist in ordnung command 84er das schon mal gar nicht so schlecht und 84er natürlich untrauschbar aber ist nicht schlecht wie gesagt für sbc ist dies das ananas mega ja noch 28 rating zweimal fitness ist auch gut wie gesagt bei fitness ist ja egal ob tauschbar oder untrauschbar sind und die 84er so wird man auch schon los für die spc guck mal was jetzt kommt ja ich würde auch kein walkout neben eSports ja aber wollen die leider nicht geben sehr sehr schade das wird der gute bakayoko leider auch nur 80 rating das ist natürlich nicht gut so bakayoko können wir noch austauschen ja 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 wieder alles in den vereinen und auch 250 kpg es muss kommen ein walkout muss doch heute drin sein freunde also wenig wäre das schon sehr sehr schlecht ich zeige euch am ende auf jeden fall auch noch aus team könnt ihr gerne reinschreiben was wir doch noch verbessern so freunde wie gesagt vielleicht kommt er ja der reuss p otm überlege ich vielleicht zu machen wenn der hier kommt kommt natürlich auch auf den preis drauf an komm jetzt können wir die ist schon mal nichts also das ist schon mal eine frechheit und ramsay dann stand der dinge jetzt haben wir minus auf jeden fall ramsay nicht so geil halt 380 rating so freunde ich habe jetzt hier noch so ein premier league upgrade gemacht weil wir drei vier spieler doppelt hatten die habe ich jetzt einfach abgegeben dass wir die einfach in den verein speichern können muss ich ja nicht unnötig abstoßen ich würde sagen wir machen erst das premier league pack drin machen wir auf und dann natürlich hier das 50 kpg das letzte guck mal wie gesagt die waren ja bei mir nicht so gut einmal wurde ich richtig geprägt bei denen hatten firminio bekommen fährt sogar rein okay das ist schon mal in ordnung kommen geht was gutes griechenland sokrates ist auch wieder 84 nicht mal so verkehrt also das in ordnung 84 kann man immer mitnehmen das in ordnung sokrates gar nicht so verkehrt wie gesagt für spc immer gut innenverteidiger 84 kann man immer gut brauchen natürlich für spcs und auch keinen doppelten das schon mal gut packen wir auf jeden fall alle in den verein und dann gehen wir zum letzten pack freunde 50k pack ich hoffe dass die noch mal geben ich hoffe einfach wie gesagt also wir haben bis jetzt noch kein work out nicht so überragend die espos einfach mal ja also die 50 kpx einmal lieber gelassen das ist schon schlecht gewesen sehr sehr schlecht muss man sagen das ist ein schulchino also das war sehr sehr schlecht gefühlt gibt es jetzt auch viel viel mehr blaue karten dass man denkt man zieht trotti also das ist hier sehr sehr schlecht ich würde sagen freundlich baller die 11 hier noch mal weg und da hole ich nur mal ein pack kurz rein bis gleich so freunde mal ein premier league pack holt wie gesagt heute abend freunde wenn ihr solche packs macht könnt ihr mich gerne in share play einladen werde ich natürlich streamen da könnt ihr gerne mit mir quatschen freunde und natürlich eure packs öffnen wer bock drauf hat einfach heute haben im stream vorbeikommen ich würde sagen das öffnen wir jetzt noch als abschließt pack als abschluss pack auch ich hoffe die geben ja leider nicht sagen ja war wieder sehr schlecht was wir heute bekommen haben das ist smart hebt das natürlich nicht gut aber man kann es nicht ändern freundlich natürlich ein ganzéricιο magregisterium ä 하루 wir Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, was wir kaufen sollen. Wir haben jetzt so 400k. Ja, wenn ich noch ein bisschen was verkaufe, vielleicht 450, 500k maximal. Könnt ihr gerne reinschreiben, was wir da vielleicht noch kaufen sollen, Freunde. Das wäre es dann auch so gesehen mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Kommt heute Abend im Stream vorbei. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.